Wie du die besten Angebote bei Amazon findest, jeden Tag neue Deals stark reduziert. Wusstest du schon, wie du die besten Angebote zu den günstigsten Preisen auf einfachste Weise bei Amazon findest und dich nicht mehr ärgern musst, einen Top-Deal verpasst zu haben? In diesem Video zeigen wir dir, wie dir kein Angebot des Tages bei Amazon mehr entgeht, mit nur einem Klick direkt von deinem Computer. So findest du jeden Tag die neuesten Deals und alle stark reduziert. Die Seite, die sich öffnet, ist sehr übersichtlich aufgebaut. Du siehst sofort ein Bild, die Bewertung des Produktes, den Preis und die Ersparnis, die Zeit, die das Angebot noch gilt oder ab wann es gilt, sowie die noch verfügbare Stückzahl. Da es täglich tausende Top-Angebote gibt, kannst du auf der linken Seite die entsprechende Kategorie auswählen, für die du dich interessierst. So verpasst du kein Blitzangebot, kein Angebot des Tages, kein Schnäppchen, kein Deal und keine Coupons mehr bei Amazon. Das Einzige, was du tun musst, speichere dir den Link in der Beschreibung auf deinem Computer oder in deinem Browser. Das war's. Dann kannst du, wann immer du willst, über diesen Link bei Amazon reinklicken und die besten Schnäppchen für dich entdecken. Also, deshalb keine Zeit versäulen. Kopiere dir jetzt den Link in der Beschreibung unterhalb dieses Videos und speichere ihn in deinem Browser oder auf deinem Computer, damit du dich zukünftig nicht mehr ärgern musst, ein tolles Angebot verpasst zu haben. Viel Spaß und Erfolg beim Schnäppchenschlagen. Übrigens, du darfst den Link gern auch an deine Freunde und Bekannte weitergeben.